Los. Hey, herzlich willkommen auf meiner Map mal. Das ist das erste Mal, wo ich selbst spiele. Und ich habe zwei Gäste eingeladen. Einmal den Fabian. Hallo Fabian. Hallo. Und einen, den wir schon gut kennen. Der hier schon wieder genauso aussieht wie Fabian. Ne, Fabian hat eine Mütze auf. Hä? Habe ich keine? Ne. Ich habe beide eine. Also, Bunny Tim auf jeden Fall. Bunny Tim 7. Ja, herzlich willkommen von mir auch nochmal. Ich wollte sagen, ihr seht gleich aus, aber Fabian hat eine Mütze. Ja, nein, ihr seht beide gleich aus. Oder warte. Oh, Fabian, geh Schuhe putzen. Die Schuhe sind viel dreckiger. Hey, habt ihr Adidas für den Schuh an? Nein. Halt, stopp. Doch, hat drei Streifen. Stimmt. Ey, komm, jetzt wollen wir doch mal ein bisschen spielen. Okay, ja. Ich nehme den Thresher. Du nimmst den Thresher? Ich fahr weg. Du fahrst das Zeug weg aus dem Silo, dass wir ein bisschen Geld kriegen. Spielen wir auch einfach oder normal? Ich glaube, ich habe normal genommen. Oh, das habe ich auch. Wie viel Geld haben wir? Momentan 6.000. Dann hast du normal genommen. So, aber wir könnten ja schon mal das Feld hinten kaufen. Ja, dafür haben wir nicht genug Geld. Das kostet 25.000. Ja, aber wir haben doch eine Bank. Ach so, stimmt. Ich drück auf einfügen. Dann leihen wir uns doch. Was kostet das große Feld neben Tran, weißt du das? Ähm, das Doppelte. Ich glaube 52.000. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme alles, was mir die Bank gibt. Du musst aufpassen, du musst Kredit drauf bezahlen. Äh, Zinsen, meine ich. Ich habe hier billige Helfer, das klappt. Das habe ich gestern auch gesagt, als ich das letzte Play aufgenommen habe. Warum stellen wir Helfer an? Ich habe doch hier schon günstigen engagiert. So, dann würde ich sagen, holen wir gleich das große Feld, dass wir was zu tun haben. 102.000. Oh, so viel. Ich habe 105. Okay, das klappt doch. Kaufen. Und ich bin auch gleich schon bei der Gaststätte und dann verkaufen ich einen Klapp und dann hast du aber dafür mehr. Okay. Gaststätte ist da hinten, ähm, Campingplatz, gell? Ja. Oben von der Biogasanlage. Nordöstlich. Ja. Ja, und da bin ich auch schon fast. Ich glaube, die Kramer sind schneller als dieser Rote, ne? Nein. Die Kramer sind die ganz langsam. Die fahren 20, der Rote 42 und der Bührer fährt knapp 40. Verkaufen wir halt die Kramer. Aber bis jetzt gibt es ja keine Notwendigkeit. Und wenn verkaufen, dann verkaufen wir sie direkt beim Händler. Genau. Ja, das habe ich gesehen. Da muss... Ah, ah, ah. Ach, wenn das schon so ein Gewicht rumsteht, dann machen wir es auch gleich dran. Ähm, welches Gerät willst du dran bauen? Äh, Gruppe? Geld kommt. Da musst du es auch dran machen. Ja, hab ich auch gemacht. Sonst macht der Trecker das nicht mehr mit. Ah, ich sehe, das Geld kommt, ja. Und dann kannst du ja gleich zu Bunny Tim fahren, den mal ein bisschen erleichtern. Ja, 80%. Ich fahre mal das Rohr aus. Ich finde, auch wenn die Leute sich aufregen, äh, äh, den Begriff Rüssel viel besser. Ja. Okay, das habe ich auch noch nicht gesehen. Was, Rüssel? Nein, äh, beim Hänger ist die Store halb offen. Also ist noch offen. Ist das Feld schon gegrubbert? Ja. Die sind am Anfang, wo jemand es kauft, noch, äh, schon gegrubbert. Ja. Kannst du mit dem Flug noch ein wenig rüber gehen? Ne, ne, äh, was machen wir denn dann? Mach halt sehen. Habt ihr einen Vorschlag, was wir sehen können? Aha, bei 100% nimmt er automatisch das Schneidwerk hoch und macht's aus. Nimm, ähm, Gerste. Ja, ich bin voll. Ja, ich bin grad im Dorf. Ich seh's. Und Jimmy, da, du am Landhandel? Ne, ich bin da vorm Hof. Ah, ja, okay, ich hab Dorf, äh, ich hab ein bisschen mit anderen App geirrt. So, schaffe ich das hier vorbeizukommen? Das große Feld gehört jetzt uns? Ja. Ist mal schön. So. Was hast du gesagt? Gerste, ne? Gerste. Da, ach, jetzt hab ich den Namen nicht im Kopf. Ich hab das zwar das teuerste, aber nicht so. Das geht nicht so schnell in den, ähm, also in Mähdrescher rein. So, Filter. Kommst du? Ach, da bist du. Das rohr ist rechts, äh, links. Von mir aus rechts. Ich schau grad rückwärts. So, einer von meinen Zuschauern hat ne tolle Eselsbrücke. Machst du mal bitte, ähm, die Klappe zu? Ja, das mein ich ja damit. Das geht nicht. Das hatte, ähm, Midnight, glaub ich, äh, auch gehabt. Wie hat er's gelöst? Gar nicht. Ja, okay, welche Eselsbrücke hat einer deiner Zuschauer? Ähm, ich hatte ja immer die Schwierigkeiten, das mit Gerst und Weizen auseinanderzuhalten. Ja. Das passt ja auch nicht. Ne, das, äh, wenn ich's recht überlege, passt diese Eselsbrücke gar nicht. Warum? Wie lautet sie denn? Äh, der hat gesagt, zum Frühstück möchte ich keine, äh, möchte ich Haferflocken und da sollen keine Haferflocken. Haare drin sein. Also hat Gerste die Haare. Aber Haferflocken besteht ja nicht aus Weizen. Nein, Haferflocken bestehen aus Hafer. Aus Hafer, ja. Deswegen ist man grad, macht er hier was oder hab ich wieder, man sieht den farblichen Unterschied kaum. Was machst du denn grad, sähst du? Ja. Ist ganz schwach, ein bisschen heller. Find ich schade. Joa, ist halt so, wie's ist. Jetzt. Was finden ihr die beste Erneuerung bei dem LS13? Da ich kein LS11 hatte, kann ich das nicht beurteilen. Äh, wenn ich's jetzt so beurteilen müsste, dann würde ich sagen, mehr Fahrzeuge, mehr Tiere, neue Map. Okay. Ja, die Map ist auf jeden Fall, finde ich, besser. Weißt du was, ähm, wo du hinkommst, wenn du auf Mods installieren klickst? Äh, auf der Seite von Giant Software. Ja, das soll eigentlich seit heute verfügbar sein, wo sie kommt. Also steht seit 27. verfügbar, aber ist noch komplett leer. Ja. Ja, irgendjemand hat ein bisschen zu nah das Mikro am Mund. Ja. Ich bin's nicht. Also ich bringe jetzt Weizen zur Mühe. Okay. Äh, du hast da auch, äh, noch Weizen aus dem Silos rausgeholt? Ja, hab ich noch mitgemacht. Okay. Gut, dass du mitdenkst. Ja, Fabian, hast du LS11 schon gespielt? Ja, ich hab LS11 schon gespielt. Und was findest du die beste Beesserung? Also ich bin mir jetzt sehr toll, dass ich jetzt auch, ähm, zum Beispiel die Fälle, äh, äh, kaufen kann. Ja. Ja. Dass ich das noch nicht hab. Ersteigern kann. Klein wenig klauter geht das? Was? Geht's bei dir ein klein wenig klauter? Ja, dass du die Fälle ersteigern kannst. Ja. Und auch das, was Bunny Tims 7 gesagt hat. Ja, das stimmt. Und die neuen Fruchtsagen. Ja. Wobei ich's lustig finde, in der, äh, Backliste, die es ja im Forum gibt, äh, ist ein Fehler, dass die Kartoffeln schneller das Fließband hochgehen, als das Fließband selbst. Cool. Die rennen wahrscheinlich dann. Ein Fehler, was ich noch bemerkt hab, ist, dass auf dem Fließband immer noch Kartoffeln liegen, obwohl der, ähm, obwohl das Kartoffelsilo leer ist. Leer ist, ja. Okay. Und was ich ja schon mit Midnight gesehen habe, dass die Eier nicht für den Mitspieler sichtbar sind. Ja, das hab ich auch gestern bemerkt. Was ist der für dummer Spielfehler? Was hast du denn? Das gleiche, wie du vorhin dran gesagt hast. Ich bin voll. Jetzt ist die andere Seite ganz unten. Ja, ich hab gemerkt, mit dem Kipper haben sie noch Probleme. Also mit dem Abladen, dass... Im Multiplayer wahrscheinlich. Ja, ja, ich hab nur bis jetzt nur Multiplayer gespielt, ähm, dass der Seite, äh, Ding nicht ganz, äh, zugeht. Das ist das eine. Und das andere geht gar nicht zu. Und bei mir hat es zweimal gestockt, dass ich nochmal, äh, zu, äh, aufhören müsste mit Kippen und dann nochmal anmachen musste. Notfalls versuch doch mal einfach den Anhänger abzukuppeln und nochmal neu anzukuppeln. Vielleicht hilft das. Nein, das hilft nicht. Auch nicht. Aber in, in der normalen Version, also in der Karriere im Single, da, äh, haben sie keine Probleme mit damit. Ähm, ich bin voll. Komm, jetzt fahr doch den Berg runter. Ja, was mach ich denn wohl gerade? Du fährst die Straße entlang. Nein. Das ist auch gut so. Mach keine Autos von mir kaputt. Das gibt ja keinen Schaden. Äh, du sollst mich nicht umfahren. Äh, lol. Jetzt hast du beide Klappen offen. Ach nee, hab ich, äh, ach nee, hab ich doch gerade gesagt. Ja, ich hab's nicht gesehen. Beziehungsweise, er hat nicht zugehört. Oh, Jamie da, der Helfer. Ja, ich will mal was anschauen. Nee, bei mir sind die eine zu, und die andere auch zu. Die eine sind beide halb offen. Bis ganz offen. Ja, ich will mal kurz stehen. Ja, zumindest bei mir sind sie auch eingehakt. Also, das, bei mir sieht's gut aus. Schrecklich. Das ist anscheinend wieder so eine Sache mit dem Host und den Gästen. Ja. Ich verstehe. Aha, jetzt arbeitet der Helfer. Ja, ich wollte da nicht unterbrechen, während ich mal schaue. Aber wir können den mal weiterarbeiten lassen. Und ich könnte mal mit dem Krupper anfangen. Ähm, welchen Traktor willst du da nehmen? Äh, du meinst, dass es der Kramer nicht schafft? Du musst den Same an die Sähmaschine hängen. Und den Kramer an den Krupper, äh, Quatsch. Den Kramer an die Sähmaschine und den Same an den Krupper mit Gewicht. Und ich hol mal die Kramer zum Hof. Nein, du fährst Getreide weg. Ja, solange du noch, solange du noch aufblätzt, kannst du Dinge holen. Ja, vielleicht sollte man die Silos leer machen. Ich mach mal ein Silo leer dann. Und dann sieht man auch ein bisschen was von der Map. Ach stimmt, du hast keine Demo-Videos gemacht. Du hast sie gleich wieder deinstalliert. Ja. Ja, wegen den 5 Tagen Demo-Videos hochzuladen, fand ich nicht so... Also ich hab welche hochgeladen. Ich hab heute in die Statistiken geschaut. Das eine hat 1500 Klicks. Und die anderen drei haben alle zwischen 300 und 500. Okay. Und ganz viele Abonnenten hast du dadurch gewonnen. Ich hatte allein heute fast 6000 Klicks insgesamt. Achso, du hast schon Gerste drin, gell? Was? Ne, Weizen hast du schon drin. Weizen. Weizen hat keine Haare. Genau. Okay. Und wo hast du gesagt? Oder ich kann ja selbst schauen, wo der beste Preis ist. Mühle. Den LS11, die Mühle. Also mit 22, 21 kmh rumzuladen ist auch irgendwie blöd. Ja, ich weiß auch nicht, warum die unbedingt zum Hof sollen. Na, dass man sie halt dann irgendwann verkaufen könnte. Bei einem Händler bringt das ja mehr Geld. Ja, aber wenn ich mehrere Spiele hab, ist es doch gut, wenn ich verschiedene Fahrzeuge zufüllen hab. Außerdem kleinen Anhänger wahrscheinlich und ein paar anderen Mini-Geräten. So, Mühle muss ich ja in den Süden fahren. Mühle fährst du da hinten beim Hof die Straße hoch. Vom Bauernhaus. Bin ich schon dabei. Dann geradeaus, rechts, quer übers Feld und durch den Bach. Durch den Bach. Bist du gerade voll, Jimmy, da? Durch den Bach. Ja. Okay, da muss ich warten.